ein herzliches willkommen zurück zu super mario galaxy ja und wir haben grüßen gerade ist ein spiel reingestartet und haben sofort wieder post ja was gibt es denn ja hier ist ein brief von processen peach roda pilze immer 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 gerne ja ja fürsorglich und so ich weiß bescheid danke man so was steht denn jetzt an der küche glaube ich soweit alles erledigt oder so warte zimmer ist fertig da fehlen noch welche aber es sind die galaxien wo wir noch nicht fertig sein können wir bei die ganzen risiko kometen schabernacht dinge da noch nicht haben das heißt jetzt kommt erstmal wieder das schlafzimmer dran ich möchte mit ein bisschen system hier vorgehen aber ohne lösungsbuch das habe ich ja versprochen das mache ich nur in möglichen ausnahmesituationen vielleicht mal so gar nicht weiter kommen oder später bei den risiko kometen muss vielleicht komplizierter wird und so was aber ja hallo was ist denn los heute es gibt es doch nicht kreis angefangen und schon verziert auch mal runter oder ich mag es einfach im kreis zu laufen das kann natürlich auch sein so soll so da hast du runter an der schlafzimmer ganz woanders stimmt ja ich muss hier runter so so was steht ja um luigi kümmern wir uns auch später wir machen hier erst mal unseren job hier haben wir noch gar nichts aufgemacht wir haben das letzte mal damit beendet dass wir die die küche abgeschlossen haben also jetzt mit der neuen galaxie weiter und wir haben da die windgarten galaxie wir machen apfelmus der himmel der wind und der hase oh gott wir dürfen einen hasen fangen oh das sieht ja fresh aus hase auf der jagd nach dem mini kanickel oder was so warm das ist die kanickel galaxie und schüttelt die vermittlung um mit flaumkraut höher zu fliegen das geht genau dreimal wird ist flaumkraut also ist das zeug da wo ich wollte noch gar nicht ich wollte noch gar nicht so weit ich würde ja zurück ja siehst du kommst gleich hier hin willst direkt verkloppt so einsam der einsamen einsam münze für uns ich will wieder zurück ich wurde gelingt da soll ich mir jetzt einmal stürzen dann haben wir genug leben naja naja bekomme also bei der nächsten sternen mission korea wieder hin ich wollte ach verdammt ja ich habe gedrückt statt die fermi zu schütteln haben wir das kanickel vorher noch erklärt naja aber jetzt aber noch mal die chance und nachzugucken und haben wir hier ganz bezeugs unten kummer das ist voll gumbo so als verrenken nachschauen die teile hier die ganzen ständig an die werden später noch wenn man die ganzen lumas dafür füttern müssen noch wichtig ansonsten kann man nämlich nicht in neue galaxien rein deswegen möchte ich jetzt doch schon mal ein bisschen aufstocken so aber jetzt geht es wieder ernsthaft und voller elan hier weiter immer weiter und weiter ist echt windig hier in der windgarten galaxien ich habe eben hier auf der unterseite ein maulwurf ich weiß immer noch nicht was man gegen die machen kann das sind wohl einfach da das planeten innere ganz viele sternen teile und normal ich kann mich auch gegeneinander einsetzen naja damit so nur mal vernünftig so so daneben nicht der maulwurf versteckt sich wieder wir haben hier fein alles zu klumpen und die ganze galaxie auseinander also kratzen so eine ranke für mehr nach oben kommen hier pennen die blumen und fressen offensichtlich auch ja die blumen lacht das ist auch so wo akkur oder mal zurück wo geht es überhaupt weiter das habe ich bisher noch nicht ganz gerafft immer den wind nach würde ich fast sagen ja da war dann noch ein paar da noch ein paar wie war die fressen im platz ich glaube es geht los alter nein ich wollte noch gar nicht zurück oder hinten ist zu großer lieder hier noch was machst du ah ok so gefer komm kommst du eh nicht so und auf den nächsten da lehten hüben so geht das bei denen das macht ja sinn ok und weg wo akkur ich hätte gerne eine münze ach verdammt gibt es doch nicht so müssen wir nicht ganz am anfang starten also ich bin auch wirklich einfach zu können daran liegen dass es schon wieder vier uhr nachts ist aber es ist ja wochenende ja machen wir sind gleich gleich simper gleich simper bäh so aua nein hier so eine münze ich bin lecker zweite münze du warst doch der typ mit der ranke so hopp und hopp so nochmal du kommst weg du kommst weg so die nehmen wir mal mit mann 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 wir gehen mal mächtig in die vollen so die nehmen wir mit und auf zum nächsten planet wo zwingen zwingen und einmal rüber wo hm zack aha ähnlich geht es mal voran jetzt müssen wir wohl das kanickel suchen da steht es glaubst du kannst mich fangen oh man es kann durch ach es kann mit die hecken laufen ist ja gemein also das ist doch so freches kanickel wo ist es hin ah es war im gebüsch saurei komm her na komm na komm na komm haha hm ich hab verloren dafür gebe ich dir diesen stern victory so dafür kriegen wir noch ein paar auf den Kopf und wir reisen ab so wahr zack 32 sterne zack das bilderbuch kapitel speichern immer 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 so und jetzt dran ja oder immer wir werden sehen das ist noch nicht weiß bevor du da hin fliegst naja begegnung mit general maulwurf wo wohnt denn der general das wird heute mal ein paar mit überlänge und noch höher und noch höher und was machen wir es eigentlich damit keine ahnung so und noch höher noch viel höher nein nicht so hoch retrospektiv betrachtet war es extrem dämlich also noch einmal abspringen die mitnehmen und dann nehmen wir noch da kommt das klappt das klappt aber hier ist er noch nicht oder oder müssen wir hier irgendwo so da so ach da zack und das war nur ein kleiner das große frage sein auch entschuldigt mich mal eben so da musste ich gerade mal eben husten so und komm her du flasche du hast auch nicht das was ich suche noch ein kollege von dir irgendwo nein 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 von mir noch da wird doch eine spur gezogen und bam da rüber ab in den rosengarten oder so ähnlich oder auch nicht gott ein wurm ist eindeutig der wurm drin der arme kleine wurm wie lange wie kann denn den ersten apfel reinpassen es funktioniert auch gar nicht na ja so hat und sagt der war es nicht dass wir nicht überrollt werden so was war nicht der schiss vor uns sie haben auch schiss vor uns da wird es sein nein damit also dann wird es jetzt hier der gewesen sein man ist ja sich eigentlich ganz niedlich die raupe die macht ja nichts die die raubelt hier so vor sich hin die tut keiner seele was ab zu warten über bis es auch sympathisch so die nehmler den nehmler den nehmler den nehmler den nehmler die nehmler so wo ist der General er ist groß ist rot und er ist pelzig mein jetzt älter was soll ich tun aber voll an den hintern muss ja warten bis er hoch kommt ich weiß es nicht ich habe keine ahnung nicht und können nur zeugs machen muss ich für unten ne bringt auch nichts er bringt ja alles nichts er hat noch um beeindruckt was soll da machen was soll ich vielleicht von oben raus so also von hier aus ach wenn er hochkommt damit ein bisschen angestuft wie will wie will oh gott hilfe ich hab noch hier man ah so ja ja ich bin auf dem weg ja komm her au boah von der münze von der münze ah so jetzt hier komm so ein hintern mega evil das war doof au du strunst doofes viech au so und 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 bam kaputt ha die hasen sind wieder frei eieieieie so zack oh yeah swing nummer 33 eine neue galaxie aha feindliche basis entdeckt und wir messen unerhört große energiemengen was treiben die da bloß das werden wir hier ausfinden allerdings erst im nächsten part bis dahin ciao ciao